Willkommen zu einem neuen Video und zwar Hotel Renovator. Ich habe ein Key bekommen, das Spiel ist erst seit ein paar Tagen draußen und da dachte ich mir, das müssen wir ausprobieren. Die Leute, die es bis jetzt gespielt haben, sind sehr begeistert und ihr wisst ja, ich bin Hausflipper süchtig geworden. Ja, und ich habe einige von euch auch süchtig gemacht, das tut mir bis heute sehr, sehr leid, aber irgendwie auch nicht, weil es ein gutes Game ist und deswegen bin ich sehr gespannt, wie dieses Spiel wird. Falls euch das Game gefällt und das Video, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen, über ein Abo natürlich auch und über weitere Spielempfehlungen und falls ihr dieses Game schon gesuchtet habt, wie immer, Tipps und Tricks. So, es gibt den Sandkasten-Modus, den Story-Modus. Ich würde den Story-Modus bevorzugen, denn ich denke, wir kriegen eine Art Tutorial und schauen uns das Spiel einmal an. So, wir können Sandra spielen. Hi, I'm Sandra and I'm here to help. Let's get this show on the road. Dann haben wir Max. Hallo, mein Name ist Max. Danke für die Gelegenheit. Holen wir diesem Hotel seine 5 Sterne. Hallo, ich bin Yumiko. Ich kann es kaum erwarten, mit dir das Hotel zu renovieren. Oder wir nehmen den Bot, eine KI, meldet sich zum Dietzen an der Rezeption. Wir haben keine Zeit zu verschwenden. Wähle eine Hilfskraft. Achso, eine Hilfskraft. Ich glaube, dann nehme ich den Pinguin. Den finde ich schon ziemlich cute. Nehmen den Pinguin. Ich würde sagen, Story-Modus. Let's go. Boah, es geht ja richtig steil hier. So. Gott, zu zweitem Hotel. Dann viel Spaß. Ladevorgang. Okay, zu zweitem 5 Sterne Hotel aufbauen. Das stelle ich mir interessant vor. Ich muss ja sagen, wenn ich in Hotels bin, denke ich mir immer, wie ätzend, wie viele Rollen... Oh mein Gott. Genau das denke ich mir. Okay, es gibt viel zu tun. Für uns Süchtigen. Oh, ein Huhn! Das arme Hühnchen! Okay, auf F fangen. Ich hab's. So, okay, was mach ich jetzt damit? Geh zum Fenster. Ehrlich gesagt hätte ich nicht... Okay, let's go. Ciao. Das Hotel ist in keinem guten Zustand. Es muss dringend renoviert werden, aber wir haben bereits Gäste, die hier übernachten wollen. Oh, was? Oh, was? F. F, um Türen zu öffnen. Ich muss ins Zimmer, 100... Oh Gott, hier wollen Leute schon schlafen? Um Gottes Willen. Okay, hier ist das Zimmer. Wahrscheinlich muss ich jetzt erstmal das... Oh Gott. Müll. Wahrscheinlich muss ich jetzt erstmal... Schau dir nur diesen ganzen Krempel an. Beginnen wir damit, mit diesem alten Gemälde etwas Geld zu verdienen. Okay, das heißt, wir fangen wahrscheinlich erstmal mit dem Zimmer 1. Also das ist so für die Hardcore-Suchtis, die gerne Sachen renovieren. Hier, Gemälde kann ich jetzt quasi verkaufen, indem ich's halte. So. Räume mit der Brechstange das ganze Gerümpel weg, nur nicht zimperlich. Okay, wie kann ich die Crowbar mir holen? Halte die rechte Maustaste und wähle das Entfernen-Werkzeug. Okay. Ah. Okay. Bam. Ach, ich kann alles zerschlagen. Ja, nice. Okay, let's go. Ich sag ja, wenn das alles wirklich so schnell gehen würde, dann hätte ich auch Bock, das zu machen. So. Oh, ich mach den ganzen Boden kaputt. Ich weiß gar nicht, wie das soll. Soll ich das wirklich alles kaputt machen? Müll zerstören. Ist das alles Müll? Bodenelement zerstören. Ernsthaft? Darf ich das? Ey, wie gerne würde ich das machen bei einem Umzug? Du machst einfach nur Bupp und schon ist alles weg. So. Ich weiß nicht, ob das... Achso, doch, tatsächlich alles. Auch den ganzen Boden und die Wände. Um Gottes Willen. Heizung? Ja, ist tatsächlich alles Müll. Okay, ich zerstör jetzt einfach alles. Alles, was mir in den Weg kommt. Bam. Bang, bang, bang. Das kann ich wahrscheinlich dann nicht kaputt machen. Den Boden. Ich muss den Boden... Ah, ich kann auch große Flächen. Boah, krass, geil. Okay, das gibt dem Ganzen ein ganz anderes Level jetzt. Okay, das macht Spaß. Ich hatte nämlich schon Sorge, dass sie wollen, dass ich das Ganze mache. Okay, das ist nice, weil es geht ja an einem Hotel, ne? Hotel ist riesig. Das heißt, man muss viele Flächen schnell bearbeiten können. Und ich dachte jetzt schon, um Gottes Willen, die lassen mich das jetzt alles per Hand machen. Das finde ich schon mal ein sehr, 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 sehr nice. Das ist sehr wichtig. Wichtig und richtig, Leute. Bam. So, ja, ich habe, was ich vorhin sagen wollte. Ich denke mir oft bei Hotels und Hotelzimmern, wie anstrengend es sein muss, es zu designen. Also geil, wenn man es kann, aber es gibt ja superviele Zimmer, Eingangshallen. Jedes Zimmer ist irgendwie ähnlich. Das wäre mir einfach zu anstrengend. Uff, und jetzt den ganzen Boden. Let's go. Bam. So, 100 Prozent der Boden. Sehr gut. Fehlt auch nur noch ein bisschen Müll. Ich weiß nicht, wie ich den hier aufhebe, aber muss ich auch die Wände? Tatsächlich auch, okay. Du, also wenn das im echten Leben so nice wäre, dann würde ich jede Woche mein Zimmer umdekorieren. Wenn doch nur. Zählt da auch die Decke? Oh Gott, die Decke auch, Leute. Geil. Das macht aber Spaß. Ich bin schon drin im Game. Lass mich das mein zweites Lieblingshausflipper werden. Es kommt ja bald Hausflipper 2 raus, ne? Habe ich gehört. Das werden wir auch suchten. Spielt da nicht vorhin jemand von euch noch Hausflipper? Ihr kleinen Stinkis. Bam. Bam. So. Okay, wir haben jetzt schon Gäste. Und für die Gäste machen wir wahrscheinlich das alles schön. Dass die denken, sie befinden sich in einem tollen Hotel. Und wir renovieren den Rest dann nach und nach. Höchstwahrscheinlich. So, dann haben wir das hier alles schon mal durch. Ich glaube, das hier ist fertig. So, jetzt gehen wir mal raus. Und machen das hier nochmal alles. Bam. Und ich glaube, dieser Radius kann sich dann wahrscheinlich auch durch Fertigkeiten vergrößern, damit du das halt nach und nach wahrscheinlich schneller abbauen kannst. Und das oben wahrscheinlich auch noch. Hier noch. Hier noch. Und hier die ganze Wand noch. Bitte einmal. Bam. Die Tür kann ich nicht zerstören. Ist ja auch nicht notwendig. So. Tatsächlich echt die ganze Wand. Wahnsinn. Der Roboter-Pinguin wird uns schon helfen, Leute. Die KIs ersetzen eh alles. Dann nehmen wir auch gleich einen Roboter, der uns hier jetzt hilft. So. Wir arbeiten jetzt künftig für die Maschinen. Nicht mehr umgekehrt. So. Staubiges Hotel. Let's go. Ich weiß nicht. Ich war letztens wieder in einem Hotel für mehrere Tage. Und ich finde, ich erschrecke immer wieder, wenn junge Pärchen neben mir in einem Hotelzimmer sind. Weil die dort gewisse Dinge treiben. Und das hört sich manchmal so barbarisch an, dass man immer kurz denkt, da wird sich geprügelt, bis du erst checkst, was da eigentlich wirklich passiert. Ja. So ist das. Bestimmt auch wild, wenn man im Hotel arbeitet. Da kriegt man bestimmt auch viel mit. Falls ihr im Hotel arbeitet, schreibt mal eine Story rein. Ich bin gespannt. Die coolste pinne ich an. So. Bam. 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 Ja, ist aber eine schöne Gegend. Teuer. Aber zu zweit ein Fünf-Sterne-Hotel übernehmen. Keine Ahnung, wie wir uns das leisten konnten. Bam. Bam. Ich finde es cool, wenn man so Sachen selber bauen kann. Wie oft bin ich bei Bauhaus und sehe so coole Sachen und so coole Farben und denke mir jedes Mal, ach, könnte ich doch nur selber auch so cool bauen. Das macht bestimmt voll Spaß, wenn man das gut kann. Deswegen handwerkliche Jobs, Leute. Das ist schon geil. So. Dann haben wir das jetzt auch alles hier fast. Weg damit. Hier noch die Wand. Und dann dürfen wir das bestimmt gleich cool dekorieren. Da freue ich mich schon drauf. Auch wenn euch das Spiel gefällt, ihr mehr sehen wollt, ne? Lasst viele Daumen nach oben da. Schreibt es in die Kommentare. Ich habe ja schon mal gesagt, ich mache das natürlich auch von den Aufrufen abhängig. Ähm. Aber wenn ich merke, es kommt was gut an, dann bringe ich das natürlich auch gerne öfter. Sonst spiele ich es halt privat. Ähm. Hier fehlt noch irgendwo was. Da oben. Bam. So. Jetzt fehlt noch irgendwo ein Teil. Ah. Hier wahrscheinlich, oder? Oh ja. Oh Gott. Schutt muss ich jetzt entfernen. Okay, das mache ich doch sehr gerne. So. Machen wir das hier noch alles weg. Bam. 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 So. Ich weiß nicht, wann die Kunden kommen, äh, die Gäste, aber ja. So. Schutt entfernen. Da muss ich wahrscheinlich dann wieder hier gedrückt halten. Oh nice. Da kann ich auch wieder alles aufladen. Oh. Wie so ein super Saiyajin. Ah ja. Hey, das macht aber Bock. Das finde ich super genial. Sie haben das richtig umgesetzt, was bei anderen Spielen nervt. Es geht schnell. Du kannst schnell die Sachen reinigen und putzen. Was sehr, sehr cooles. Yes. Ah, hier hat es noch was. Okay. Bunte Welt. Bodenelemente zerstören. Hab ich doch schon, oder? So. Wähle ein Werkzeug und verwende, mh, um den Stil, mit der Verkleidung zu wählen. Mhm. Okay. Was will ich das kurz anschauen? Paint. Aber. Drücke Tab, um zwischen Farbe und Farbplatte zu wechseln. Halte, um mit der Verkleidung zu beginnen. Um je, 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 je. So, was wollt ihr von mir? So. Jetzt kann ich gucken. Wählen. Was ist denn das eigentlich? Ach, das kann ich einfach nur grün machen. Das möchte ich aber nicht. So. Keramikkachel. Teppich. Andere. Halte. Ja, lass mich doch erst mal aus. Keramikkachel. Will ich nicht. Ah, hier auf jeden Fall kommt hier Keramik rein, würde ich sagen. Ins Bad. Und Farben kann ich da unten wählen. Tab. Machen wir mal. Das finde ich schön. So. Und dann male ich. So, Tab. Das möchte ich jetzt haben. Dann halte ich, um zu malen. Halte, um zu malen. Und lasse los. Nein. Ich will das da unten haben. Das ist schön. Oder geht das noch nicht? Ich glaube, das geht noch nicht. Kann das sein, dass ich die noch nicht wählen kann? Vielleicht nicht genug Geld. Doch. Bunte Welt. Oh, das ist für den Boden. Ah. Oh, das macht aber Spaß. Oh, das ist ja nice. Oh, mein Gott. Das sind Leute, dieses Spiel. Ach. Bäm. Das macht mich so glücklich. Schaut mal, wie cool! Oh, schön. Okay, cool. Dann, äh, machen wir doch direkt einmal ... Das ist hier wahrscheinlich oben. Und das kann ich noch nicht machen, ne? Nee. Okay, jetzt habe ich den Boden gemacht. So, lass mal kurz zurückgehen. Andere. Was sind denn eigentlich andere? Das ist auch Boden. Teppich. Ich weiß nicht, ob ich Teppich so cool finde. Muss ich ehrlich sagen. Keramikteppiche. Weil ich finde das ... Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es irgendwie eklig, wenn du auf fremden Teppichen läufst. Und du weißt nicht, wer da noch mit seinen Käsefüßen drauf war. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Deswegen hätte ich eigentlich lieber Parkettboden genommen. Aber die Auswahl bekomme ich hier nicht. Tatsächlich kriege ich die Auswahl hier nicht. Dann machen wir mal ... Ah, nee, ist ja schrecklich. Oder? Ja, nee, das will ich nicht. Äh. Was wollen wir denn für Teppich? Die sind alle irgendwie ätzend. Oh, um Gottes Willen. Na, vielleicht ist der ganz nett. Oh, ich kann das gar nicht mehr wechseln, oder wie? Oh, oh. Muss ich das dann erst wieder zerstören? Oh, tatsächlich. Okay, wir sollten uns gut überlegen, was wir nehmen. So, lass uns mal kurz gucken. So, also, wir nehmen ... Ich nehme erst mal bei Wänden hier weiter. Hm, was haben wir denn hier noch? Andere? Oder Keramik? Wenn wir schon bei Keramik sind, machen wir auch Keramik. Finde ich cool, dass ich auch hier schon mal sehe, wie das Ganze aussieht. Aber nehme ich dann hier das Gleiche? Oder mache ich hier so einen dunkleren Ton hin? Ich würde sagen, wir machen ... Äh, rosa? Nee. Vielleicht grau? Weiß. Ich würde sagen, wir machen hier ... Merkt ihr, jetzt will ich wieder so ein bisschen künstlerisch begabt sein und kann's nicht. Ähm. Ist das der gleiche Boden? Ich glaub schon. Boah, hat's da viel Farben. Das ist ja der Wahnsinn. Ich mach das einfach hier so ein bisschen in einer anderen Farbe, so. So. Pombär. Pombär. Pombärli. So. Bam. Das ist ja cool, wie sich das aufbaut. Das ist ein cool ... Das ist cool gemacht, muss ich schon sagen. I like. So, und das machen wir hier dann auch noch mal. Und die Deckenfarbe müssen wir aber auch noch bestimmen. So. Vielleicht oben. Was ist das? Das ist ein bisschen eine andere Farbe, ich glaub schon. Machen wir die auch noch so. Das wird dann der Pombärenraum. So. Schön. Bunte Welt. So, aber hier oben, die Decke, wie mach ich die denn? Da mach ich wahrscheinlich auch Böden, oder? Hm, Böden. Müssen die vielleicht auch oben hin? Wahrscheinlich sogar. Ich guck mal kurz. Nee. Wahrscheinlich kommt es noch, oder? Die Decken? Hoffe doch. Ja. Ich glaub, Decken und so müssen noch kommen. Jetzt machen wir erstmal hier den Boden. Ist auch ein Spiel, wo ich sagen muss, man lernt es relativ schnell. Was ich sehr gut find. Was haben wir denn hier bei anderen? Ist das nur grünes Gras und sowas? Äh, Teppiche. Ja, wir müssen, glaub ich, Teppich nehmen. Einfacher Teppich. Hm. Ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Ja, dann nehmen wir mal sowas. Das sieht alles furchtbar aus. Oh Gott. Ja, aber die Hotels trauen sich immer viel. Das heißt, ich muss, ich muss, ich muss mich auch was trauen, Leute. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr mein Hotel besuchen würdet. Okay, ich geb mir Mühe. Es muss also was sein, was allen gefällt. Rosa. Komm schon mal, keine Männer mehr. Ähm, ja, ja, boah, gibt's da viel Auswahl. Ist ja krass. Vielleicht eher was so was Beeschliches. Was Beeschiges, Rotes, Beeschi, Rot. Rot und Beeschi, nicht Rosa. Gibt's hier noch so viele Muster? Das ist doch ganz nett. Vielleicht hier irgendwas. Hm, wild. Wilde Farben. Die sehen auch auf dem Boden so anders aus hier. So ätzend hell. Boah, die Farben killen mich. So, dann machen wir einfach einen ganz neutralen Teppich. Ich will es mal nicht übertreiben. Bevor ich nicht meine... Aber das ist jetzt ja weiß. Ist ja gar nicht so, wie ich's will. Das ist ja einfach nur weiß. Ich hab doch Pfirsich gewählt. Und wenn sie es hinmalen, dann sieht man auch Pfirsich. Naja, warten wir mal ab. So, der weiße Teppich ist eigentlich nicht weiß, sondern Pfirsich. Mal gucken, wie lange der... Äh... ...in der Farbe bleibt. So, und den Bereich würde ich dann auch in einer anderen Farbe machen. Vielleicht hier sowas. Äh, ja, ich probiere es jetzt einfach mal, ne? Es ist ja... ...nichts, wo wir drin schlafen müssen, wenn wir nicht wollen. Was machen die Kacheln da? Hä? Ich hab's irgendwie rübergeglitscht. Fragt mich nicht, wieso. Das ist Kunst. So, dann mach ich die aber mal kurz weg. Stört mich hier. Äh, äh, äh. So, geht ja gar nicht. Äh, Böden. Wo ist mein Teppich? Der war es doch, oder? Ja. Okay, dann machen wir noch kurz... ...das hier alles sauber. Wusch. Und swusch. Und hier auch noch. Und swusch. So. Dann brauchen wir, äh, noch... Es sieht so ätzend aus. Wände. Leute, die Wände retten das jetzt. Tapetenmotive. Yes, Mann. Lass uns... Oh Gott. Oh Gott. Ich plane hier, das Bett hinzumachen. Weswegen ich jetzt hier mal mutig wär, okay? Lasst mich mal mutig sein, ne? Ich könnt's ja doch selber holen, wenn ihr sagt, das ist schrecklich. So, schaut euch das an, Leute. Das ist Mut. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. So, was gibt's denn hier so für Farben? Ähm, machen wir so was Schönes, Verschlafenes. Das passt doch hier auch von der Farbe her doch ganz nett hin, oder? Der Ton hier. So. Ja. Leicht. So. Man sieht überhaupt nicht, dass es eine Frau eingerichtet hat. It's a girl's room. Machen wir es doch lieber mal ein bisschen neutraler noch hier. So, den Rest mache ich einfach in dem cremefarbenen Ton. Das ist cool. Ist echt cool. Nice. Ich würde gern mehr Folgen machen. I having fun. So, äh, was gibt's denn noch so? Andere. Was ist andere? Nur Graszeugs. Keramik. Wollen wir nicht. Was gibt's noch? Tepp, ein paar Tapetenmotive. Gibt's noch mehr. Können wir da auch was weniger? Oh, das find ich ganz nett. Das ist vielleicht dann hier ein Flur. Das ist Kunst. Das kann so bleiben. Kommst du rein, denkst du um Himmels Willen. Wo bin ich hier nur hingeraten? Ja. Ja. Also, fühle ich so ein bisschen. Es ist ja, ihr müsst ja nicht lang bleiben, Leute. Könnt ja nur mal so für einen Tag. Ihr seid ja eh die meiste Zeit draußen in der Stadt und schaut euch um. Es muss also nicht geil aussehen hier. Um Gottes Willen, Hilfe. So. Dann machen wir hier aber nochmal einen Anstrich einfach. Und zwar die Farbe von vorhin. So. Damit man wieder hier so dieses schöne Cremi kriegt. Cremi, Cremi. Ja, komm, so schlimm ist es gar nicht. Ich find's echt nett. Es ist nett. So, sagt mir, dass es nett ist. Und dann kommt es hier oben noch hin. So, dann machen wir auch nochmal schön hell. Damit man so sieht. Hey, hier ist die Stadt. Alles gut. Wir leben noch. So. Hey, das ist echt cool, wie schnell das geht. Voll ASMR hier. Schmier, schmier, schmier. So. Ja, ja. I like. Ich find's schön. Es passt halt überhaupt nicht irgendwie farblich, aber es ist okay. Ich bin ja auch nicht irgendwie Profi-Designer. Aber wenn man sich damit auskennt, das ist schon nice. Okay, jetzt kommen die Möbel. Aber lass mich erstmal hier das Zimmer fertig machen, Pinguin. Die Gäste müssen warten. Ja. Genau. Und ich muss unbedingt die Decken machen, Leute. Verstanden. Mit Q und E. Okay. Lass mich erstmal die Decke machen. Die Decke ist noch nicht fertig. Ich weiß nicht, bei der Decke was Wildes machen soll. Soll man irgendeine Tapete machen? Oder sagt die jetzt, no, 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 don't do it. Äh, Keramik vielleicht. Was gibt's denn da so? Nee, oder es passt gar nicht. Vielleicht nochmal Tapetenmotive für die, äh, was ist es nochmal? Wände. Tapetenmotive. Was gibt's denn da so? Oh Gott. Vielleicht kann man hier oben? Nee, da muss man tatsächlich, äh, streichen. Okay. Dann machen wir es weiß. Oben. So. Es ist ein sehr, sehr schizopräner Raum. Muss ich schon ehrlich sagen. Aber. Ich find's gar nicht so schlecht. Es ist cool, wie das da malt. Das gefällt mir. Das ist sehr cool animiert. So. Machen wir das hier alles weiß, 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 weiß. Und ich würde die Decke hier auch gern einfach weiß machen. Oder vielleicht hätte ich die auch einfach, ja, vielleicht hätte ich die auch einfach in Brombeeren machen sollen, aber das passt schon. Die meisten Decken sind ja weiß. So. Und, äh, die Lampe hier muss noch weg. Bup. So. Ja, 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 ja. Ist doch okay, oder? Wird doch. Anstrich. So. Weiß, weiß, weiß. Okay, dann können wir uns jetzt kümmern um die Möbelchen, Leute. Möbel. Ähm, Bett. Was gibt's denn da so? Was gibt's da so? Da kann man noch viel, viel freischalten. Auf jeden Fall mal ein Doppelbett. Kann man da auch irgendwie die Farben ändern? Oh, das passt doch hier schön hin. Das nehmen wir. Drehen, bearbeiten. Ah, nice. Oh, look at this. Yes. Yes, yes, sir. Find ich schön. Aber ich würde das gerne noch mal bewegen. Äh, wählen. Kann ich das noch mal bewegen? Ich hab das ein bisschen schief gemacht. Oh nein, das hab ich verkauft. Okay. So, äh, Bett. Bett. Äh, wir nehmen. Oh, das sieht aber auch nice aus. Ich glaub, wir nehmen fast das. Und dann machen wir da noch ne schöne Ding drauf. Und ihr habt hier noch die Möglichkeit, mit Farben zu spielen. Ja, nice. Boah, ich glaub, das sieht gar nicht schlecht aus. Ich trau mich das jetzt, Leute. Ich werd jetzt, ich bin jetzt mutig. Ein Schränkchen. Was gibt's denn da so? Gibt's da so süße kleine Beistellschränkchen? Oder was ist das hier? Ja, da gibt's auch so kleine Nachttischschränkchen. Ja. Ja. Now we talking. So, dann lass mal bearbeiten. Holz. Boah, das ist cool. Gibt's da viel coole Holztöne? Das ist cool, Leute. Das ist wirklich cool. Und vor allem, es ist auch echt ultra einfach zu bedienen. Das muss ich wirklich sagen. Was haben wir hier? Schränkchen. Oh ja, sie sind hier oben, ne? Süß. Guck mal. Die kann ich alle noch nicht haben. Mhm. 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 Das ist ja nicht ganz cute. Oder nehmen wir lieber das? Ich glaub, ich nehm das. Geht so richtig fancy aus. Obwohl, wir machen da vielleicht eher ein Bild hin. Machen vielleicht noch irgendwie hier eins hin. Oder hier noch sowas. Oder da. Das ist ja ultra cute. So ein kleines Welcome Board brauchen wir. So ein Willkommen zu Hause. So. Dann nehmen wir den Holzton. Und dann machen wir das so ein bisschen dunkler. Bupp. Ja, cute. Cute. Oh Gott, ich liebe das Spiel jetzt schon. Ich brauch kurz einen Schluck aus meiner XXL-Tasse. Um darauf klarzukommen, wie süß dieses Spiel ist. So, äh, Schrank, Kleiderschrank. Kommt eigentlich dann hier hin. Das wird jetzt wahrscheinlich die meisten von euch stressen, dass das nicht direkt neben Bett ist. Aber wir sind ja in einem Hotel. Ja? Da gelten andere Regeln. So, deswegen machen wir da den Schrank hin. Nehmen aber auch wieder eine andere Farbe. So eine. Und zwar auch in dunkler. So. Bäm. Und, äh, dann brauchen wir hier vielleicht noch einfach so ein normales Schränkchen noch. Guck mal, was und einen Tisch brauchen wir auch noch, ne? Tische sind aber meistens immer hier drin. Also meistens sind dann hier noch irgendwelche Tischchen. Hm. Was ist das für Farben? Ja. Und dann kommen dann meistens noch so zwei Stühle einfach hin. Pack den jetzt einfach mal da hin. Dann noch genau Stühle. Ganz wichtig. Aber bitte, bitte coole Stühle. Ja. Ja, so was. So was such ich. Oh, das hat's ja voll viel. Oh ja, genau so was. Ja, mit Muster. Oh mein Gott, das Spiel macht mich süchtig. Hilfe! So, manchmal hat man voll die Durststrecke an Spielen, die einen süchtig machen. Passt das so? Guck mal, das passt hier sogar so dazu. Manchmal hat man voll die Durststrecke an Spielen, die einen süchtig machen. Und dann kommt auf einmal alles. Und dann denkt man sich so, Gott hilf, ich kann nicht aufhören. Oh, der ist doch cute. Ich trau mich jetzt Dinge, die ich mich sonst nie trauen würde in meiner eigenen Wohnung. Der ist doch süß. Jetzt ist da noch irgendwie so eine andere Fancy-Farbe, die da irgendwie cool dazu passt. Boah, das ist so cool, dass es so viele Farben gibt. So, der ist schön. Kann man den noch ein bisschen drehen? Oder so ein bisschen mehr drehen? Dass der... Gott, ich lieb's so sehr. Es ist so unfassbar cute, Leute. Ich komm darauf grad nicht klar. So, Sofa, ganz wichtig. Das Sofa, das wird so richtig fancy. Auch so eine richtige, coole, cozy Couch, die da gut hinters Bett... Ja, sowas. Sowas oder... Guck mal, das passt da auch voll gut rein hier. So, kann man da schön reinquetschen. Da hab ich ja übrigens was übersehen. Aber das ändern wir gleich. Hm, das passt da eigentlich ganz gut hin, weil es einfach von der Farbe her sehr ähnlich sieht, wenn man das hier so ranstellt. Und dann mach ich mal Space und bearbeite das Ganze. Das ist hier so... Ist das zu gewollt, oder? Ist zu hardcore. Ist zu hart. Ich glaub, das darf dann nicht so ein krasses Muster haben. Vielleicht eher sowas Dezentes. Mintiges. So, einfach nur sowas. Upp. Ich bin mir grad nicht sicher, aber ich muss grad einfach bauen, was Spaß macht. Couch-Tischis. Ganz elementar. Hm. Couch-Tischis. Tischis. Dann nehmen wir den großen. Wir brauchen Platz. So, was gibt's hier so feines? Helles Holz. Wir hatten ja ehrlich eher vorhin so Holz. Und dann so... Oh, das sieht nice aus. Willkommen im schizophrenen Raum. So. Cecil. Oh, süß! Okay. Cecil, Cecil, Cecil. Der ist ja süß. Oh, süß. Oh Gott, dieses Spiel, es macht mich so süchtig. Hilfe! Der Snow Escape. Hm. Da, wir machen sowas. Ganz Wildes. Yay, yay. It's cute. So. Oh Gott. Wer war das? Äh, niemand. Teppiche. Ich hab jetzt schon so viel Teppich. Wir gucken trotzdem noch mal rein. Vielleicht so ein Teppichläufer hier in den Flur. Fänd ich nice. Äh, was gibt's denn da alles so Feines? Ähm, und was passt hier vor allem rein? Ha. Gute Frage. Äh, sowas auf dem Boden ist ein bisschen too much. Obwohl, gar nicht so schlecht. So ein paar Pantoffeltierchen auf dem Boden. Die kann man sich schon geben. Ich würd sagen, wir machen schon mal sowas. Dann bist du schon mal so vorgewarnt, dass es da drin richtig fancy ist. So. Das ist doch gut. Oh Gott, das ist so furchtbar. Egal, ich trau euch jetzt einfach mal was. Ich muss euch zeigen, was beim Spiel alles geht. So. Äh, dann machen wir vielleicht hier einfach noch einen hin. Ich probier das jetzt einfach alles aus. Ihr seid ja meine Gäste. Be my guest. Be my guest. So. Ist halt so ein, so ein stylisches, ne? Kann man, oh. Das ist jetzt interessant. Was nehm ich da jetzt? Nehm ich jetzt so plüsch-plüsch oder nehm ich so üsch-üsch? Oder so dezente, die so sagen, hey, ich bin da, aber beachte mich gar nicht. Ich nehm mal was nicht so Dezentes. Und das sieht eigentlich ganz nice aus. Boah, das ist richtig schrecklich. Aber ich denk mir oft, in Hotels ist es schrecklich. Und dann kann man es extra teuer verkaufen. Weil dann kannst du sagen, das war der Designer von so und so. Und der macht es so und so. Und der ist was ganz Besonderes, weil der diesen krassen Stil entwickelt hat. Und dann erzählst du den Leuten irgendwas, die so, mhm, mhm, mhm. Ah, okay, krass, die hat es, das ergibt alles einen Sinn. Ähm, ja, machen wir doch mal den. Bupp. Bupp. Und dann hier nochmal so. Dut. Dut. So. Mehr Fenster haben wir eh nicht. Ähm, dann hab ich, glaub ich, alles ausprobiert. Es fehlt noch ein Schränkchen. Die wollen noch ein bisschen mehr Regale haben. Da kann man jetzt aber auch, finde ich, hier so ein bisschen, da mal sowas hinpacken. Bupp. So. Sehr hübsch, sagt er. Sehr hübsch, sagt er. Keine Bilder und nix haben wir hier. Vorhänge, Teppiche, Sessel, Kausches, Sofas, Stühle. Ne, okay, kommt wahrscheinlich noch. So, jetzt gehen wir mal rein hier. Jetzt brauchen wir, äh, eine Badewanne. Oh, ganz wichtig, ja. Ja, ja, ja. Now we dogging. So eine Wanne, geil. Okay, wir nehmen mal so eine. Flatschen wir mal hier hin. Gibt's da auch noch, da gibt's einfach nur verschiedene Töne. Oh, das ist cool. So ein dunkles Bad. Nice. Musste weniger putzen. Äh, ja, ich würde sagen, nehmen wir einfach so eine normale. Kann man da auch farbtechnisch, würde ich die jetzt auch ganz gern anpassen. Im anderen Stil. Das war ja so. Ach, krass, du kannst dir die ganzen Farben ändern. Wahnsinn. Ja, und dann hätte ich gerne... Hm, ach so, das geht nur hier. Okay, ich kann nur das machen. Ist okay. Äh, dann Toilette. Die hätte ich dann auch gerne. Dunkel. So, eine vielleicht. Dann packen wir die aber hier hinter die Tür. Dahin. Neben die Tür. Und, äh, machen aber auch die Farbe anders. Hätte ich gern so. Genau. Nee. So. Und das... Genau. Und dann... Kann man das hier nicht auch noch anpassen? Ich hätte gern den Klodeckel noch angepasst. Das geht, glaube ich, nicht. Äh, dann brauchen wir noch einen Waschtisch. Auch einen Boden. Habe ich jetzt nicht so gut durchdacht hier, ne? Machen wir das hinter die Tür. Das war jetzt doof. Aber wir werden es überleben. Ja. Und dann brauche ich noch einen Spiegel. Spiegel. Badezimmerschränkchen. Auch noch. Um Jottes Willen. Ist auch ein bisschen kleiner. Badezenter. Nee, sind voll die Oschis. Sowas. Das hört sich dumm angeordnet, aber... Okay. Ihr müsst ja nur Gäste sein. Äh, ja... Was habt ihr noch so zu bieten? Ja. Schrecklich. Ähm, Handtuch. Ganz wichtig. Handtuchhalter, Leute. Hier drüber. Und dann gibt es hier noch ganz viel Toilettenpapier. Ja. Was gibt es hier noch? Becherhalter. Süß. Ja, natürlich brauchen wir einen Becherhalter. Und noch was hier für... Ja. Und noch hier, wenn man aus der Wanne raus will. Und noch hier. Und noch hier. Ja. Und dann gibt es noch ganz viele kleine Sachen für die Dusche. So was. Ist hier noch alles? Boah, jetzt ist ja voll viel Sachen. Und dann noch Badeaccessoires und Becher. Oh, das kannst du ja voll detailliert machen. Shampoo. Shampoo? Kann man das auch hier reinstellen? Vielleicht? Nee. Aber hier drauf. Süß. Süß. Zahnbürste. Oh, ich liebe es, wenn es Zahnbürsten gibt in Hotels. Zahnbürstel. Mein Schrank ist schief. Zahnbürste. Handtücher. Ich gucke gerade nur, was man alles draufpacken kann. Das kann man auch übereinander stapeln. Das ist nice. Man kann nicht genug Handtücher haben. Okay. Dann fehlt noch ein Badtisch. Ein Schränkchen. Noch eins? Warum so viel? Ich tue da nie was rein. So. Dann machen wir hier noch die Farbe anders. ein dunkler, dunkler. Geil. Jetzt kommt Dekoration und alles. Dekoration. So. Gehen wir nochmal rein. Jetzt haben wir die ganzen Accessoires. Was gibt es hier alles? Was haben wir hier? Ein Wecker. Ja. Da hat doch jeder Bock drauf auf den Wecker. Was gibt es hier noch? Noch so eine kleine süße Platte, wo man es reinstellen kann. Obstschälchen. Oh ja, Duftspender. Ganz wichtig. Man kommt rein und hat direkt einen wohligen Duft in der Nase. Was gibt es noch? Was ist das alles? Stäbchen. Magazine. Natürlich, Leute. Natürlich. Und noch ein offenes. Das legen wir hier direkt drauf. Und noch Bücher. Stimmt, es gibt ja Leute, die lesen noch heutzutage. So ein paar Bücher. Bäm. Was gibt es hier noch? Bücher, 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 Bücher. Magazine, Magazine, Magazine. Boah, hat sich viel Zeugs. Oh, noch so einen ganzen Buchstapel wäre eigentlich noch viel besser gewesen. Machen wir das jetzt hier oben hin? Geht das? Jawohl. So. So, wer Bock hat, kann hier sich bilden. So, Kerzen. Boah, gibt es hier viel? Das ist ja ultra cute. Wahnsinn. Schaut euch mal an, was hier alles gibt. Das ist ja saukool. Du kannst alles irgendwie reinstellen, wo du willst. Da kannst du dich ja echt dekorieren, bis du nicht mehr kannst. Wahnsinn, wie viel Zeug. Wahnsinn. So, passt es da noch irgendwo hin? Ist das cool? Es ist ja richtig nice. Boah, schaut mal, wie viel. Ich zeige euch das jetzt mal alles, was hier gibt. Ist ja eine never-ending-Story hier. Guck mal, Wahnsinn. It endet nicht. Und ich finde, immer wieder eine Möglichkeit, noch mehr zu dekorieren. Kann man das hier noch irgendwo reinstopfen? Hopp. Man kann auch die Sachen kombinieren und ich kann auch was aufs Fensterbrett stellen, oder? Nee, darf ich nicht. Darf ich nicht. Das ist ja richtig cool. Boah, das hört gar nicht auf. Crazy, Leute. Look at this. Okay, krass. So, jetzt gucken wir mal bei Gemälden. Oh Gott, das ist eine schwere Geburt. Und ich werde mit euch... Ah, nee, da kann ich nicht designen. Okay. Das muss ich dann so hinhängen. Also, da kann ich jetzt nicht zwischen tausend Farben hin und her packen. Nice. Holt mich ab. Was gibt es hier noch? So Riesengemälde, bitte. Ich brauche hier noch ein riesenschönes Gemälde. Boah, das macht richtig Spaß. Ich weiß nicht, ob das zu viel ist, aber warum nicht? Hier muss auch noch irgendwas hin, was ganz, ganz Großes. Oh, nice. Wie cool. Nice. Das ist ja richtig cool. Mach das dann auch hier hin. Damit sich das nochmal aufhängt, nochmal hier hin. Wow. Oh, wow. Wow. Das ist crazy. Wie gesagt, ich probiere gerade nur rum. Das ist jetzt nichts, was ewig bleibt. Ich will einfach nur ein bisschen rumprobieren, was so geht. Das ist ja nice. Das ist ja wirklich crazy, was hier alles geht. Ach, groß. Ach, groß. Groß, Leute. Großte. Ich wollte das schon immer mal machen. Nice. Oh Gott, ich bin süchtig. Okay, das Spiel hat mich. Oh, es hat mich. Es hat mich. Ja, jetzt bin ich verloren. Ja. I'm gone. Ja, 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 ja. Okay. Ja. Es ist vorbei. Oh Gott, Pflanzen. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen Pflanzen. Ihr wisst ja, ich bin pflanzendekorationssüchtig. Oh mein Gott, ja. Ja. Eigentlich muss ich sagen, ich finde, das sieht relativ stylisch aus hier. Sagt mir das ruhig. Ich finde, das habe ich schon. Oh, süß. Oh Gott, das ist süß. Ja. Ja, du brauchst auf jeden Fall einen Platz, aber du bist so klein und unbedeutend. Vielleicht einfach hier rein. Oh mein Gott. Ja. Einfach nur ja. Spiel. Was tust du mir an? Ganz, ganz schrecklich. Also, weil es so süchtig macht. So. Oh, es ist schön. Ich kann nicht aufhören. Ich sage ja immer, Leute, wenn es nicht schön ist, dann müssen Pflanzen her. So, ich brauche mal so Riesenpflanzen. Wo sind die Riesenpflanzen? Oh ja, da. Ist ja unverschämt. Wo kann ich die hin jonken? Eigentlich werde ich hier ganz nice. Hm. Oh, so viel schöne. Oh, süß. Oh nein, ich sterbe. Es ist so süß. Einfach nur so viel Pflanzen. Okay. Wahnsinn. Lichter. Oh Gott. Wir sind noch lange nicht fertig. Ja. Lass mal gucken bei den Lampen. Was kommt da hin? Irgendwas. Tennisschläger in dem Bett ist immer gut. Ich bin jetzt schon voll ausgelastet. Ich habe viel zu viel hingestempelt schon. Hier. Ich nehme jetzt die zwei Nachttischlämpchen. Ähm. und gibt es halt hier keins. So, kann das auch an die Decke hängen? Gibt es auch diese Deckenlämpchen? Stimmt. Ja, da. Um Gottes Willen. Deckenlampen kommen. Incoming. Äh. Boah, das ist schon echt richtig cooles Spiel. Ja. Sehr, sehr cooles Spiel. Ich brauche auch hier unbedingt noch Lämpchen. Lämpis. Alter, ich mache hier einfach nur eine Dinglampe rein danach, also. Ja, da gibt es auch unendlich viele Lampen. So, dann haben wir Deckenlampen, Leute. Jetzt wird es interessant. We need a Deckenlampe. Und zwar eine gute. Die sich hier wunderbar ins Bild einfügt. Bearbeiten. Die könnt ihr sogar bearbeiten. Vom Licht her. Oh, schön. So orangenes, braunes Licht. Das ist ja nice. Guckt mal. Ihr könnt das Licht sogar bearbeiten. Nice. Was es für einen Lichtton gibt. Und dadurch wirkt es auch ganz anders. Oh, schön. Schön, schön. Ich mache jetzt mal die hier überall hin. Aber ich möchte gerne so ein rosanes Licht. Guck mal, wie schön. Rosa Licht, man. Wow. Okay. Buche Raum 101. Halte Space, um die Renovierung abzusch... Ich will aber... Na gut, komm. So, vorher, nachher, Leute. Gönnt euch. Wow. Das sind sogar zehn Sterne. Zimmer reservieren. Oh, da kommt schon der erste Kunde. 200 pro Tag. Na? Oh, hey. Komm mir nicht so nah, Brody. Halte, um das Tortenmenü zu öffnen. Und wähle das Tablet aus. Ja. Buchungen. Also, der Gast hat gerade eingecheckt. Der ist sehr happy. Jedes Zimmer hat einen Sauberkeitsgrad. Wenn die Gäste das Hotel verlassen, sinkt der Sauberkeitsgrad. Die Zufriedenheit der Gäste hängt von der Sauberkeit des Zimmers ab. Und anderen Faktoren. Halte sie bei Laune. Hier findest du einen Überblick über deine aktuellen Einnahmen und Ausgaben. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Status deines Hotels angezeigt. Vergiss nicht, es ist wichtig, dass die Gäste zufriedengestellt sind. Drücke den Ausknopf, um das Tablet zu schließen. Okay, so. Sauberkeit ist so happy. Zimmer 102, 3, 4. Du kannst halt alle renovieren. Etage 2, 3. Also, riesen, riesen, riesen Game. Mhm. Fertigkeiten. Hammer gibt's noch. Dynamit. Reinigungsmittel. Profitable Zerstörung. Zimmerservice. Da gibt's noch ganz, ganz viel. Hier, kann ich nur nicht draufdrücken. Hammer, Staubsauger, automatische Reinigungsrobiter, Schalldämmer, Social Media. Also, dafür, das kostet dann auch noch alles extra. Äh, Journal. Einführung. Renoviere das erste Zimmer. Das Huhn rausgeschmissen. Zeichen, Sammlerstücke, Buchungen. Noch keine negative. Sehr gut. In Fernwerkszeug. Geht's nur Tutorials anschauen. So, du kannst die Zeit schneller ablaufen lassen, indem du Add drückst. Die Geschwindigkeit der Zeit wirkt sich auf die Sauberkeit des, äh, und das Einkommen aus. Okay. Da oben. Kann ich... Hey! I found a letter addressed to us. Looks like Grandpa left. Ich habe einen Brief gefunden, der an uns interessiert ist. Er ist an Opa, äh, erscheint von Opa zu sein. Komm und lies ihn. Okay, geh zur Lobby. Also, das hier ist ja wirklich... Kann ich das auch schon alles wahrscheinlich designen? Kann ich das? Ja, tatsächlich. Nice. Jetzt kann man ja alles schon designen. Aber wir gehen jetzt erstmal runter zur Lobby. Wie komme ich hier eigentlich runter? Kann ich einfach springen? Nee. Äh... Boah, das ist alles noch so schmutzig. Und hier ist der reingegangen. Ach, ihr könnt jedes Zimmer jetzt hier oben schon machen. Könnt es komplett schon designen. Ach, hier ist ein Aufzug. Nice. Etage 1G. Nice. Oh Gott, ist das ein Suchtspiel? So. Okay. Äh, so. Wow, die Lobby kann man schon auch richtig, richtig krass einrichten. Ein Brief. F. Öffnen. Äh, nehmen. Äh, will... Liebe Enkel, willkommen in meinem Hotel. Ich hoffe, ihr helft ihm... Ihr verhelft ihm wieder zu seinem alten Glanz. Vielleicht erlebt ihr am Ende sogar eine ziemliche Überraschung. Genießt dieses Abenteuer für Glick. Roy Bennett. Ah, krass. Ich hatte recht. Der Brief ist von unserem Opa. Ich hoffe, wir können ihn stolz machen. Bro, du bist ein Roboter. Das ist mein Opa. Okay, das alte Mochi-Telefon würde ich gerne wieder hinlegen. So, Brief von Opa lesen. Habe ich doch. So, ein Stern haben wir. Na, oh, schön. Na, siehst du? Neue Qualitätsstufe freigeschaltet. Verstanden. Bring, 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 bring. Oh, neue Möbel. Das sind alles neue Möbel jetzt, oder? Boah, wir haben richtig viele neue Möbel bekommen. Oh, neue. Nice. Alle freigeschalten Gegenschätze sind jetzt im Torten-Menü verfügbar. Nice. Los geht's. Wir brauchen nur noch einen Namen, dann können wir uns an die Arbeit machen. Hm. Fürs Hotel. Das ist eine sehr gute Frage. Hotelname, Logo. Das sieht irgendwie aus wie so ein Restaurant oder so, eine Bar. Restaurant. Sieht irgendwie aus wie ein Spa-Hotel. Das ist schon besser, besser. Ne, 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 ne. Ich würde fast eher zu sowas tendieren oder sowas. Das da. Oder das, das. Chris. Na, hinterdenken die Leute. Das ist die, 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 äh. Das Betäubungsmittel. Ähm. Gnu-Drun-City. So. Annehmen. Gnu-Drun-City. Da. Das finde ich gut. So. Gnu-Drun-City, Leute. Okay. Erwartete täglich einer um 150. Ich glaube, ja. Hat der gerade geklingelt? Oder ist hier ein neuer Kunde? Kann ich ja... Event. Event. Guten Abend, mein Name ist Vlad. Ich übernachte hier und habe ein paar bescheidene Anforderungen. Ich brauche Stille. Wenn ich gestört werde, kann ich ziemlich heißblütig werden. Meine Augen sind äußerst lichtempfindlich. Deshalb brauche ich dunkle Vorhänge. Und entfernen Sie bitte alle Spiegel. Gehe zu 103. Ach, cool. Nice. Okay, dann... Krass, jetzt mache ich für den extra nochmal so ein Zimmer, wird das nochmal renoviert für den. Ist das ein Vampir oder sowas? So, wo ist denn 101? 103. So. Erreiche Zimmerqualität. So. Ach, das ist jetzt nochmal ganz anders gebaut. Was gibt es denn hier? Hier ist dann das Bad. Oh, nice. Das ist ein Riesenzimmer. Hey. Hier kommt man wieder rein. Okay, geil. Gucken wir mal uns mal die anderen Zimmer alle an. Das gibt es hier noch so. Hier ist auch die Badewanne mit Fenster sogar. Riesen, riesen, riesen Zimmer. Dann haben wir hier die 101. Habe ich ja schick gemacht. Aha. Es war aber vorhin jemand anders drin. So. Dann haben wir hier noch eins. Das ist, glaube ich, ähnlich gebaut. Ist da unten schon wieder jemand, der jetzt irgendwas will von mir oder wie? Oder was soll das? Hier ist wieder ein Aufzug. Da geht es in den nächsten Stock. Ich glaube, wenn ich den Stock fertig habe, geht es in den nächsten Stock. Ach so, das ist nur, weil ich hier quasi immer reingehe und mir diese Zimmer anschaue. Dann kriege ich die ganzen Aufträge. Okay. Boah. Viel zu tun. Aber das Coole ist, dass das Spiel ja sehr schnell ist. Das heißt, wenn ihr noch eine Folge sehen wollt, dann machen wir das gerne. Dann gehen wir als nächstes in Zimmer 103. Also lasst mir extra viel Daumen nach oben da. Wenn ihr das Spiel schon gespielt habt, vor allem Tipps und Tricks. Und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und eure Meinung zu dem Game. Also meine Meinung, es macht sehr viel Spaß. Es geht schnell. Es gibt endlich mal unfassbar viel Auswahl an Möbeln, an Tapeten, an Farben, an Dingen, die man freischaltet. Man wird schnell belohnt. Also erster Eindruck ist von meiner Seite aus echt top. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge.